Labormaterialien, gesammelte Proben und anderes Inventar sind ein wichtiger Bestandteil der Arbeit in einem Forschungsprojekt. Daher ist es wichtig, dass ein elektronisches Laborbuch angemessene Möglichkeiten zum Anlegen von Inventar bietet. Dem Nutzer sollte ermöglicht werden, alle relevanten Informationen zum entsprechenden Inventarstück zu erfassen. Bei gesammelten Proben könnten dies zum Beispiel das Sammeldatum und der Aufbewahrungsort sein, während bei einer Maschine der Hersteller und der Standort relevant sein könnten. Der Vorteil eines ELNs ist es zudem, dass diese Datensätze dann in der Regel direkt im Projekt verlinkt werden können. So müssen die Forschenden keine Verweise auf Excel-Tabellen oder ähnliches stellen, sondern können einfach die entsprechenden Einträge an der Stelle, an der sie im Projekt genutzt werden sollen, verlinken. Bei der Anlage von Inventar- und Labormaterialien kann es übrigens von Vorteil sein, kontrollierte Vokabularien zu nutzen. Diese Vorgehensweise erhöht die eindeutige Identifizierung und Auffindbarkeit von Material und vermeidet Redundanzen. LabFolder bietet für das Anlegen von Inventar und Materialien eine Schnittstelle zu LabRegister. LabRegister ist ein Inventar-Management-System, das ebenfalls von LabForward entwickelt wurde und Ihnen erlaubt, anpassbare Listen von Labormaterialien wie Plasmiden, Chemikalien, Proben oder auch Geräten zu erstellen. Sie können mit dem gleichen Account auf LabRegister zugreifen, den Sie auch für LabFolder benutzen. Um über LabFolder auf LabRegister zuzugreifen, klicken Sie auf das Kachelsymbol in der linken oberen Ecke und dann auf LabRegister. Sie befinden sich nun in der Benutzeroberfläche von LabRegister. Von hier aus können Sie neue Listen und Items anlegen. In der linken oberen Ecke können Sie die Gruppe auswählen, in der der Eintrag gemacht werden soll. Diese sind die gleichen Gruppen, in denen Sie auch Ihre Projekte speichern und bearbeiten. Unter der Gruppenauswahl können Sie dann Kategorien für Ihre Items erstellen. Für unser Projekt haben wir die drei Kategorien Geräte, Sammelgut sowie Substanzen erstellt. Beim Erstellen einer Kategorie wählen Sie zuerst einen Namen und können dann verschiedene Attribute für diese Kategorie festlegen. Das erste Attribut ist dabei obligatorisch die Item-ID, mit der Sie das Item später finden und verlinken können. Für unsere Kategorie Geräte haben wir beispielsweise die Attribute Name, Typ und Hersteller erstellt. Möchten Sie die Attribute für eine Kategorie ändern, können Sie dies tun, indem Sie die Kategorie auswählen, auf das Zahnrad-Symbol in der rechten oberen Ecke klicken und auf Category Attributes klicken. Nachdem Sie eine oder mehrere Kategorien erstellt haben, können Sie mit der Schaltfläche Add Item ein neues Item erstellen. Nun können Sie die entsprechenden Daten in den von Ihnen erstellten Feldern eintragen. LabRegister weist dem Item dann automatisch eine Item-ID zu. Es ist auch möglich, die Daten für Items direkt aus einer Excel-Datei zu importieren. Um die angelegten Items nun in einem Projekt in LabFolder zu verlinken, muss man innerhalb eines Eintrags auf die Option Add Data Element klicken und dann auf Plus LabRegister Item. Daraufhin erscheint eine Suchleiste, in der man nach dem gewünschten Item über den Namen oder die Item-ID suchen kann. Hat man es verlinkt, kann man auf das Item klicken und wird zum LabRegister-Eintrag weitergeleitet. In eLab FDW werden Inventarobjekte über die Database angelegt. In der Database kann man Items anlegen, die verschiedenen Kategorien angehören und somit verschiedene Arten von Inventar und Materialien repräsentieren können. Die Kategorien der Database können vom Admin der Gruppe im Admin-Panel erstellt werden. Wenn Sie der Admin sind, können Sie über das Menü in der rechten oberen Ecke der Benutzeroberfläche auf das Admin-Panel zugreifen. Im Reiter Types of Items können Sie dann eine neue Kategorie erstellen. Dabei wählen Sie den Namen und die Farbe der Kategorie. Außerdem können Sie festlegen, ob dieses Item für die Planung im Kalender zur Verfügung stehen soll. Schließlich können Sie mithilfe des Textfeldes dem Item einen Inhalt geben, der dann bei der Erstellung eines Items dieses Typs immer angezeigt wird. Sie können dies nutzen, um Attribute für das Item vorzugeben, ähnlich wie es bei LabRegister gemacht wird. Für die von uns erstellte Kategorie Proben haben wir zum Beispiel die Attribute Bezeichnung, Aufbewahrungsort sowie Sammeldatum vorgegeben. Um das von Ihnen erstellte Item in einem Projekt zu verlinken, scrollen Sie zum Bereich Linked Items und klicken Sie dann auf Add Link. Hier können Sie den Namen des Items eingeben und eLab durchsucht dann die Database. Wurde es erfolgreich verlinkt, wird es in der Liste der Items mit Namen und Kategorie angezeigt. Mit dem Button Import können Sie das Item in den Text zum Experiment einfügen. Hierbei wird der Text, der für das Item hinterlegt wurde, an die Stelle, an der sich Ihr Cursor im Textfeld befindet, importiert. So können Sie Proben, Geräte oder andere Materialien, die Sie genutzt haben, direkt im Text referenzieren.